Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf meinem kleinen Kanal. Heute gibt es wieder für euch Kill Your Friends Runden in DBD. Mit dabei natürlich Wallywusel, Lamia Plekt, Plenty und Xerab. Bei den beiden Damen könnt ihr auch die VODs anschauen und aus ihrer Sicht sehen, also Lamia Plekt und Wallywusel auf Twitch. Die Kanäle werden natürlich wie immer unten in den Kommentaren und im Video verlinkt. Also viel Spaß dabei. Abnehmen zu müssen? Also ich frage für eine Freundin, weil ich sehe da nicht, wo du ein Gramm auch nur abnehmen müsstest. Ja, wenn die Waage dir, sagt bitte nur einer nach dem nächsten. Okay. Wir sollten mal über eine neue Waage reden, glaube ich. Die hat irgendwie einen kleinen Spreen. Ne, ne, ne. Mein Babybell rollt gerade über den Boden. Lauf, Babybell, du bist frei. Such die Luke. Nix da, such die Luke. Nix da. Ich hab'n... Wallis Jagderfolg heute bei Frau Wusel, dem Babybell gefangen. Jagderfolg heute bei Frau Wusel, dem Babybell gefangen. Wird da jetzt auch an den Haken gehängt? Oh ja. Ne Apothekerwaage ist vielleicht doch etwas zu klein, Frau Schwarz. Als ob... Genau, ich stehe auf ne Apothekerwaage. Ne Pfeilenwaage sollte man halt nicht nehmen. Auch wenn man bloß 1,20 Meter ist. Tja, ja, ja, Herr Thomas. Der sucht noch die richtigen Birx aus uns neben mir. Ja, finde das nicht gut, dass er nicht so ruhig ist, weißt du? Das ist irgendwie... Das ist zu ruhig. Zu ruhig gibt's nicht. Alle kennen den Killer, alle lieben den Killer. Na ganz toll. Alle lieben den Killer? Ja, ja, ja. Oder die Killer. Mhm. Warte, die Killer? Die Killer? Ach, nee. Victor und sei Olle, ne? Du kommst nicht da drauf. Wie soll das denn sein? Wer ist das? Kenn ich nicht. Die Zwillinge. Die, die ich so gern spiel. Oh! Na dann steht das ja gleich bei mir. Oh Gott, wo kommt Display einsteig? Nö. Aber bei mir steht's. Bei dir steht die Zwillinge? Ja. Ja, gut! Jeder liebt sieben! Es gibt bloß einen, da wo man sagen kann, die 2 Killer. Ja, gut. Ja, doch. Ja, der Ritter, die sind ja zu viert. Das sind ja im Endeffekt keine Killer. Ja gut, aber die hauen an ja trotzdem. Das sind ja Geister. Oh ne, ich will die Coldwind Farben. Verdammt, wieso nicht meine Lieblings-Map hier? Weil die doof ist. Wie kannst du nur sagen, es ist ein Polizeirevier. Menschen brauchen die Polizei. Ich musste die so spielen und ich, äh, wie heißt der, Wesker gespielt hab. Ja, hau, 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 hau. Was machst du? Äh, Regen kommt nicht hin. So, ich nehm den jetzt mit. Tschüss. Sehr gut. Feuerwerk, Feuerwerk. Bleib mir, du hast da was auf dem Böcken. Hoppla. Guck mal, ich hab da was dabei. Was hast du für den... ...die Luke-Raum-Rücken? Voll das Heslon auf dem Rücken hier. Das ist ne Warze. Oh scheiße, wo kommst du denn her? Ich hab so oft nicht mitbekommen. Ich bin mir wieder geguckt, wie ich mit Viktor durch die Gang geht. Ach man. Was, du Armin, ist los? Verdammt. Ich hab gedacht, ich könnt mit Viktor abhauen. Viktor durchbrennen, weißt du. Ja. 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 Erste nach 18 ist meine Liebe. Und keiner rettet mich. Das ist doch Katastrophe. Das ist doch ein Beispiel. Das ist doch ein bisschen. Das ist doch der Fall. Das ist doch der Fall. Lass du mich jetzt echt sterben? Ja. Es scheint so. Das finde ich aber uncool. Natürlich nicht. Ich hatte nur gerade so ein kleines Vieh bei mir. Ja, ich habe gesehen. Nein! Hallo. Oh nee, ich habe mein erstes Hilfe-Körperchen verloren. Ich bin jetzt hingegen mit der Paulette. Oh, verdammt. Ach, der hat ihn geworfen. Geh weg! Viktor! Ah! Ich hab dich! Weg! Ich hab dich lieb! Nein, ich dich aber nicht. Dankeschön. Nein, 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 nein! Geh weg! Wollen Sie mal einen kleinen Viktor wählen? Ja. Den kann man immer so schön drehen. Zeigst du mal meinen großen Viktor? Oh, das ist der Mann hier. Das hat sich jetzt bei euch angehört. Ja. Ich müsste weder den Kleinen noch den Großen. Das hat sich geschätzt. Das hat sich in der Karte schwarzen. Das hat sich in der Karte gerätzt. La 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 Die Meile, diese Ehe Marcel Ach's die Walli Ach die Walli... Ja die Walli rennt zu uns und Schmidt hier ab sie war genug Hallo, sorry. Ich war'n auch schon drüber. Ich war'n auch schon drüber! Da ist ein Körperchen. Hier, hier! Wir haben doch keinen einzigen Generator ausgesuckt. Sagen wir mal ein Babywölz zu essen. Der Fliegen soll jetzt wichtiger als Generator. Hallo, es gehört nicht. Ja, den würd ich auch nicht essen. Äh. Warum soll Generator gar nicht schlecht spicken? Der wird, glaub ich, weniger. Da ist genug Öl drin, der soll richtig flutscht. Ja, da guckst du in den Schrank, kannst du nicht aufmachen, du plopst. Kann denn jemand mal treten, hier? Der ist von meinem Schrank, ich kann nicht raus. Das ist nicht. Der kriegst du dann noch ein Stück Fleisch abhängen. Ein Stück Fleisch abhängen? Äh, danke, ich hab erst geklappt. Oh nein. Okay. Hallo. Du hast mich grad ein Stück Fleisch genannt. Er ist doch Diefen genannt. Und hier ist doch Fleisch dran. Wenn nicht, würde ich hier arbeiten. Mhm. Ah. 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 Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin hängen geblieben. Ah. 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 Jetzt bin ich tot. Ah. Was, bist du schon tot? Ja, jetzt bin ich tot. Ja, weil ich mich hängen gelassen hab. Ah. 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 HAAH! Du gehst dein Körperkennig. Hast du mein Zauber? Ich hab mein's neu. Hier lag nämlich auch irgendwo. Ach ja genau, die Licken. Meins, meins ist weg. Das liegt da irgendwo am Generator. Das schwebt hier. Meins ist übrigens auch weg, mein. Jaja, das ist bei uns, das ist hier beim Generator. Bei dem Generator. Genau. Geh weg! Plenty! Nein! Ich will nicht treten! Bist du wohlgeformt. Wohlgeformt! Wohlgeformt! Scheiße! Scheiße! Bitte? Bitte! Bitte! Deine Kacke-Bieger! Alles klar, Takeshi! Oh, ich wünsch dir gute Besserung, ja? Schlaf schön, träumen was schönes! Ja, Hohne, Takeshi! Ja, jammer doch was! Mann! Ich weiß nicht, was du meinst! Nun musst du halt mal einen Jammerlappen! Voneben! Aha! Geh weg, Victor! Mein Schlau! Hallo! Geh weg, Victor! Auf jeden Fall! So, na gut! Ich würde mal das nächste Mal zum Anfifi-Schwein nochmal mache! Hoppala! Hm. Hey, schön. Aaaaaaah! Schreie! Das ist ein Dachroch! Das ist aber eine kleine Victor! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oh Gott, das kriegst du ab! Mach dir! Nelv nie! Das ist so anstrengend. Ich war Ursache, Angst und Schreck. Hast du keinen Wertschrank? Victor. Ich bin ja jetzt gerade zweimal fast wie ein. Wir haben erst einen Generator gemacht. Immer wenn ich von Victor überstrickst habe ich für 20 Sekunden, kann ich nicht schlafen. Oh mein Gott, ja das erklärt gerade einiges. Oh oh. Das bin ich sauer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sag mal, was hat eigentlich dieses Mal zzzzzm zu bedeuten? Oh. Das ohne Herzschlag ist ja mal richtig tief. Das richtig Assi. Seht ja einfach hinter mir und hackt mich auf die Schulter. Warum kommst du denn her? Da hinten? Ja genau. Mit seinem großen Victor. Oh das gefällt mir gerade richtig. Oh Mann, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg. Warte, 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 warte. Oh Scheiße, nee, nee, lauf erst nochmal weg. Lauf lieber erst nochmal weg. Ich wollte dir zeigen, wo dein Köfferchen ist, aber... Oh nein, das war's, das war's. Nein, du bist entschuldige. Ja, ist kein Problem. Ich wollte dir ja zeigen, wo dein Köfferchen ist. Ach, der lebt ja auf der Victor. Ja. Hast du mich jetzt laufen lassen? Wir haben verloren. Ja, ich wollte eigentlich von dem Victor die Schulden kommen. Ach so. Ja, also kommt der Teil von Brüssel, dann auch. Alles klar, wir sind gleich stark da dran. Oh Gott, das ohne Herzschlag ist so mies, ey. Und das schnell ist, wenn wir hier Victor trinken wollen. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, du hast wohl die Arme knapp. Ich bin schon gespuckt, kein Scherz. Ich bin so erschrocken. Ich bin so erschrocken. Nee, nee, hau ab, Mann. Nein! Kann doch nicht da sein. Du hast so einen Schlaf. Echt, oder? Ja. Ist so mies. Das kann ich auch. Bist du gerade? Ah, du bist ein hässliches, muthaften Kind mit. Jetzt hab ich gemogen. Nein! Nein! Hörst du, Victor steht einfach nur daneben und glatzt wie so ein Null wie cool. Er ist hochintelligent. Nein! Ja, ja, ja. So schaut er aus. Nein, 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 nein! Das durfte er gar nicht. Boah, aber wie gruselig das ist! Das war schon mal. Ich mach mal mein Bildschirm putzen. Oh Gott. Ich bin auch mit Fögel. Nein! Warum machst du das? Geh sofort weg! Das ist böse, Schatz. Ach, komm schon. Was du eigentlich so hässlich aussiehst. Nein, wie toll. Keiner hat dich lieb. So. Mama hat gesagt, du bist ein ganz tolles Mensch. Oh, weißt du Bescheid. Jetzt töte ich deine Freunde. Nein, nein, nein. Ich will Plenty zuerst. Oh mein Gott, er wusste es. Neben, neben. Wo war gleich noch mal meine erste Hilfekasse? Daneben. Jetzt kommt er mit der Null-Herzschlag-Oma hierher. Geh weg! Weißt du noch, wo mein erster Hilfekasse ist? Dilan, vielen lieben Dank für deinen Follow. An dem Generator bei der Scheck. Also da, wo bei der Scheck die Tür ist auf der Seite, da auf dem Feld ist ein Generator und da ist auch dein Köfferchen. Okay. Sag mal, ich kann grad mal gucken, wo du bist. Ich hab das nicht verdient. Ich bin schon. Oh nein, hast du jetzt gemobild? Ja. Dankeschön. Shadow ist so ruhig. Und den hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Ich hab auch schon gedacht, der ist mein Sohn. Niki unterwesst. Ohohohohohohohoho. Ich will ja gar nichts zu sagen. Oh Gott, Mann. Shadow. Hm hm. Klein Fudet. Ja stimmt, wir haben heute gar keine Fudet-Moves gemacht. Ganz. Hm. Ein bisschen Nachteil liefert. In vier Stunden geht der Wecker. Ey, Hauptmann Mordok, vielen lieben Dank für deine Witz. Danke, danke, danke. Ey, die Potter, dann wünsche ich dir ja Gutsnächte. Schlaf schon, träumen wir schönes. Und hoffentlich findest du irgendwie trotzdem Erholung mit vier Stunden. Nein, hab ich dich schon begrüßt? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, wen ich begrüßt habe, wenn ich. So verpeilt. Erholung erst mal, ja. Aber Shadow ging das eigentlich. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ey, Snaggy. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, nein! Oh, mein Gott, auch weggewogelt! Go, Vali! Go, Vali! Auf die Zuche! Oh, Gott! Ah! Ja, das war's! Ach, guck dir die an! Den Kappen nicht zu haben! Ja, ja! Kann ich den wegstupsen? Da bist du ja schon! Na? 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 Zieht's aus der Brusthöhne? Hä? Geh weg! Ah! 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 Ja! Ja! Nein! Aha! Hapie! Hm! Hm! Wie frech, Thomas! Wie frech! Oh! Richtig frech! Voll frech! Ja, oder? Ich hatte Spaß. So. Oh Gott. Wenn er es aber zweimal durch braucht. Mhm. Ja. Wie schnell das schon wieder ging. Ja. Sehr schnell. Ja gut, ne? Dann, äh, war's das. So. Danke für den schönen Abend. Danke schön. Danke für euch. Ja, auch zu danken. Ja, Zucker-Schock lässt nach, weißt du. Ah. Ja, ja. Die Lamia läuft als mit Schokolade. Ja. Heute, heute laufe ich tatsächlich nur auf Schokolade. Und Pizza. Oh, das sind unsere Katze. Happy Llama, Sad Llama, Mentally Disturbed Llama, Super Llama, Drama Llama, Big Bang, Mama Llama. Spinat. Spinat-Pizza. Ja. Finde ich geil. Da werde ich groß und stark wie Popeye. Ehrlich? Wow. Nein. Nein, nein. Das ist jetzt abgefahren. Tschau, tschau. Bote Nacht zusammen. Wir schreien gut zum Sohn. Ja. Bis dann. Tschau. 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 Schönes Wochenende. Tschau. Dankeschön. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.